Ich hab mich erst gewundert, sag mal, warum bleibst du denn still hin, Junge? Was ist denn los? Jumphead ist halt... Jumphead, rettet dir einfach den verfickten Arsch! Nein, lieber Scholli, du. Oh, wo ist hier die Action? Guck mal, der, ne, deinstalliert das Spiel. Der kann nicht mehr. Das war's für den heute. Oh, oh, oh! Na, sick, ein Bock, man, na. Ey, yaba, o nicht. Schuss Ah! Das ist ja schon wieder Zuckerloot hier, ne? Er bleibt stehen, okay? Könnt ihr das... Lasst euch das gerade auf der Zunge zergehen, Leute, okay? Was machst du da oben? Sei mal ehrlich. Ich hab mich erst gewundert. Sag mal, warum bleibst du denn stehen, Junge? Was ist denn los? Warum? Können Sie das schon wieder your 200 bis mal noch? Ja, das war's. Ich habe die Variante. Jetzt bin ich kurz vor dem Volumen Busch. die kids lasse ich mir ja nicht nehmen oder hey hey oh immer schlafen meine fresse jump head rettet ihr einfach den verfickten arsch in so vielen situationen eventuell hätte ich doch das material mitnehmen müssen von dem typen aber man kann ja nicht alles haben hier los gestern aber nicht markus sind ganz schmutziger wie habe ich denn wie krass habe ich denn den kill da geklaut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist ein bisschen Holz. Ach, Mann! Einfach viel, viel höher. Der war viel, viel weiter weg. Der hätte ich richtig hochziehen müssen. So einer muss dann sitzen. Hier bei fucking Miki TV. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. im Headshot, ne? Da machst du einfach nichts mehr. Nichts. Da gehst du einfach auf. Offline gehst du da. Was ich euch sagen will, ist, entweder, ja, die wunderschönen Menschen oben rechts. Lass ein Follow da. Kostenlos. Oder verpiss dich von meinem Kanal. Danke. Wenn dir die Scheiße hier gefällt, dann lass ein Follow da. Einer ist halt im fucking Haus, man. Geht noch. Was ist das? das ding ist einfach einfach schon kurz davor den granatenwerfer mitzunehmen bei ganz ehrlich 36 granaten medikits dafür man platzproblem da oben gebaut da 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 da. Da 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 da. Was ist das? Tchiii, was macht hier? Das war's. Das war's. Ich muss mir die Airdrops holen, ich hab kein Schild mehr. Das ist wieder richtig dumm hier, so an der Hügelkante. Ich seh schon, dass das wieder... Er ist einfach neben mir. Aber er ist einfach ein Trimax. Ich spreche neben ihm und checke ihn nicht. Und weil ich eine Treppe bauen wollte, schütze ich mich durch die Salve. 15 Kills. Schöne Runde, Digga. Zweiter Sieg in Folge. Schöne Runde, Digga. Schöne Runde, Digga. Schöne Runde, Digga. Vielen Dank.